Ja, ich kann mit den anderen nicht umgehen, also ich gleich bei Reinhardt. Ne, ich mein... Ne, das mein ich nicht. Ich meine den anderen Spielmodus, wo wir alle Helden benutzen. Ah ja, können wir auch mal probieren. Da müssen wir aber dann mal überlegen, wie wir das... Hier Captain Amar, der erste Flugabwehrzugangspunkt ist gleich um die Ecke. Und Reinhardt, stammen Sie nicht wieder alleine los. Ja, das stimmt so, total sinnlos. Wie gesagt, Junkert ist ganz gut mit seinen Kranaten... Bin ich denn gelaufen? Oh nein! Ich bin sonst wohin gegangen. Mach die mal ohne mich kurz, ne? Ich komm dann gleich. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Hallo, da bin ich. Ja, ich wollte mal ein bisschen das Spiel mit dem Militator antworten, ne? Ja, ja. Komm nach hinten, bitte. Oh! Oh! Das ist alles nachgetan, hier! Nein, aber... Dann gibt's hier eine Rüstung! Der hat mich, dass ich mir Sorgen gemacht habe. Vor Aufregung haben Sie vergessen, sich Ihre Schuhe zuzubinden! Oh! Hey! Du hast doch keine Schnürsäcke! Herrوقat, Staaten! Das ist nicht der Schenschlüssel! Lalalala! Mein Schutz geht kaputt! Nicht bloß! Ja, brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen wir nicht mehr. auf dem vorplatz direkt vor ihnen ich markiere es auf dem vor vor und das hat die welt kaputt die geschütze sollten Die gehen im Moment aufreißen. Da bewegen sich eine Menge Omnissignaturen auf die Suche. Sitz, sitz, sitz! Sitz, sitz, sitz! Haben wir andere? Sicher! Hör mich hinter dir! Bobby! Guck mal! Guck mal! Den hab ich nur für dich dahin gestellt! Komm her an! Aus der Scheiße! Sie werden momentaner Position ließ kaum denn nun. Rechnen Sie mit Feindkontakt von allen Seiten. Nein! 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 Nein, nein, nein! Typ mit Schild von hinten! Beter! Also! Das ist ein Fischer! Ja, das war ein Ackerall! Einer von vorne geschüttest ist down. Ich bin Joggen. Help me, my buddy. Ich bin hier. Der letzte Zubatsch. Du darfst nicht weizen. In der Kathedrale. Gib mir deine Liebe jetzt! Bitter sind die Teile. Spraker? Ja, Spraker weiß ich nicht. Ja, die auch nicht. Ich möchte die Militeile. Ich möchte die Liebsten nicht mehr. Ich bin noch ein Ding. Die Nationalsektor-Truppenverbände, die sich in ihre Richtung bewegen. Nöpsi, Hit-Stone. Nöpsi. 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 Und hier. Nöpsi. Nöpsi. Ist bisher richtig nice, dass man denn den Shills kaputt machen kann. Nöpsi. Nöpsi. Okay und vorrücken. Was für ein Rücken? Ekelhaft. Ekelhaft. Mein beharter Silberhaar Rücken. Ja, dein Gehafter. Wirklich Offline sind. Wenn sie es nicht, sind wir für sein Todesverlögen. So, ich schülle mein Gehirn jetzt da oben hin. Weil ich's kann. Kannst du das? Ich kann das. So, diesmal müssen wir schocken hier. Ich will doch mal ein Video hochladen, wo wir's geschafft haben. Hier oben dürfte ja kein Omnic hinkommen, oder? Ja? Nö. Da bleib ich nämlich jetzt oben. Silberfehlen. Ach, muss ich da auch hin? Ja. Ja, ich komm ja schon. Komm her, du Züttel. So. So ist bald. Ja. 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 Wir sind für die Fracht viel gefährlicher als für sie. Ne, da ist schon gut, wenn ich da bleibe. Nein! Ja. 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 Ich hab's doch gesagt. Musste nur kurz warmlaufen. Ist's jetzt endlich startklar? Noch nicht so ganz. Was hörte ich eigentlich? Team, macht euch auf eine weitere Angriffsrinne gefahren. ich hab's doch bardziej Bock verschlossen. Möbel. Ja. Hobbie ist weg. Jaguar. Ich hab's ich bin da ich bin da ich mache das ich mache das direkt schlecht Ich auch was? Wir haben mehr Anfeuer. Ich brauche Heilung. Ja. Wie gesagt, meine Ulti wäre so ready, wenn... Auf die Bastion. Vorsicht, Bastion. Ja. Ja. Nice. Sehr gut. Perfekt. Die Besten sind noch ein bisschen gefährlicher als die Bomben gerade. Die Besten sind richtig gefährlich. Ja. Die Bomben, da müssen wir halt einfach nur draufballern. Während der Besten sind Ballerteile. Generatoren im grünen Bereich. Antriebssysteme werden hochgefahren. Okay. Oh, noch ein kleines bisschen. Anfänger. Warte. Äh, Bomben. Ich scharfe. Bomben. Gescharpt. Nein, das sind Teile für euch. Der Schütz wird gegen Rett. Wir machen die Bomben. Bomben. Bomben ist Down und ich habe Ulti. Gut, machen wir Ulti auf der Asche. Das ist schon wo? hier hinten in der ecke wieder ja dieses potenziales ich hab doch viel Glück fuck it der geht gerade auf den Code 9 super Achtung, der Stint Slicer am Punkt ja, ja, ja ja, ja, ein bisschen Heilung ist ja gut also da fuck oh nein oh mein Gott wir haben es geschafft, alles gut, alles gut ja, halt mal bitte weg da weg also jetzt müssen wir doch noch viel warten bis der am Punkt ist, ne ich werde mal von hinten mitgehen ich weiß nicht, ob wir jetzt den kaputt machen können oh ja, können sie ja, oben rechts, jedenfalls knapp wie gesagt, ich versuche es von links zu treffen oh nein er ist kaputt wir sind nach voll zwölf zu stellen bei dem müssen wir machen nice schön wärs, ne kann ich das? ne ich glaube nicht ne, kann ich das? ne ich glaube nicht ne, kann ich das ne, kann ich das jetzt auchs auf Maulbombe Autoxysbombe du kriegst auch Bombe war ein ficken Hammer Ich hätte mein Ulti wieder ready. Ich neb das Ulti auf für die Ulster. Ja, es sei denn... Von vorne! Einer kommt noch von hinten. Nein! Mein Geschuss! Nein! Nein! Geh doch dann auf! Besten! Panther-Besten von hinten! Oh, super! Und das kriegen wir von hinten, das schaffen wir! Die muss nur noch bis davor! Ja! 0%! Nein! Nein! Ah! Fuck! Verbinden Sie ihn mit dem Premierminister. Das ist Sache, okay? Ich glaube, es gibt die Erklärung. Das wird auf. Oh, Luft muss am Arsch, oh! Leck mich doch! Ah, schön! Schön, schöne Runde, schöne Runde! Ja! Du bist doch wieder da? Ja, da hole ich mal einen Highlight. Hab ich schon gedacht, darfst du bestimmt einen Highlight. Schauber voll! Boah! Schön, dass meine Arbeit geschätzt wird! Ja, diesmal hast du es verdient! Ja, das war's Fixier. Ja, das war's.